Hier ist wieder eurer Dominik vom Nintendo Team. Heute habe ich, wie schon in der letzten Folge, habe ich gesagt, es hat nicht mit Spongebob zu tun. Und zwar ist es heute Spongebob Mega-Blox-Figuren. Hier haben wir einmal Surferdude. Hier ist euer Surferdude. Ihr könnt surfen wie der normale Surferdude. Hier ist der Bankräuber. Das ist der Bankräuber. Ich klaue jetzt mal, ich renne jetzt mal weg mit dem Geld, was ich gerade geklaut habe. Das war auch schon der Bankräuber. Hier ist Spongebob. Ich gehe jetzt mal mit meiner Ananas nach Hause, auch wenn ich in der Ananas wohne. Ich gehe es da jetzt nicht hin. Und hier bin ich schon zu Hause. Und das war schon Spongebob. Und das ist der zweite Bankräuber. Ich hatte leider einen zweiten Bankräuber gekriegt bei vier Tüten leider. Jetzt kennt ihr es schon vom ersten. Das Geld habe ich geklaut. Jetzt renne ich damit weg. Und das war auch schon der zweite Bankräuber. Und das war auch schon das Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Das war wieder euer Dominik. Euer Dominik vom Nintendo Team. Danke fürs Zusehen. Das nächste Video weiß ich noch nie was es ist. Tschüss. Parttechnische Steuerung.